Kriege ich diesmal ne Herausforderung oder ist das auch nur ne relativ lasche Nummer hier? Dachchen! Hör auf die Pullen zu werfen! Das sind Pfandflaschen! Warum spawnst du ihn mir? Was soll das? Hat der Maulkorb an? Mehr nicht? Okay! Ja, schönen Dank. Kriege ich schon wieder so ein Beihrochding vom Kopf. Lieber nicht in der Mitte stehen. Okay, hallo! Da ist schon wieder der Typ mit dem Buntglas! Nicht in der Mitte stehen! Oh, hi! Ja, klar! Ich hab vergessen, dass dein dämlicher Feuerball zurückspringt! Das hat dich jetzt nicht getroffen! Okay! Was? Sag mal, das hätte dich jetzt eindeutig treffen müssen! Das war doch in der Reichweite! Wieso hat mein Angriff den nicht getroffen? Das macht keinen Sinn! Gut, eines zerstörten Sterns? Wieso kriege ich einen Meteoritenstein? Blutbefleckter Dornstrauch! Was kriege ich am Ende? Dornkrone? Was hab ich gerade bekommen gehabt? Ich weiß nicht mehr, was ich gerade bekommen habe! Achso, wahrscheinlich ein Rosenkranz-Item, wa? Ja, genau! Seltenes Mineral, das ein Bergmann in einer tiefen Felsspalte fand! Die arme Seele verlor den Verstand, nachdem sie sich in Labyrinth seiner Facetten verloren hatte, die ein nicht existentes Licht widerspiegeln. Erhört die durch Angriffe erzeugte Innenbrunst! Ohhhh! Das ist doch mal ein Item, was ich gerne mitnehmen werde! Ja, dann kann ich ja dafür dann Dingensbums, die in Brunst rausschmeißen aus der komischen blauen Kugeln und dann das da reinholen! Die hätte man theoretisch vorher schon mitnehmen müssen, ne? Oh, klar! Da wechsle ich doch mal lieber fix! Ich hab keinen Bock jetzt von dem Nebel hier die ganze Zeit Schad zu kassieren! Aber was ich mal machen könnte, war ja das hier! Mach die Blutscheiße auch mal Schaden! Hab ich das gerade richtig gesehen? Wenn der Gegner bereits schon drinsteht, kriegt derjenige keinen Schaden? Sondern nur, wenn diejenigen dann da reinlaufen? Also ich bin jetzt nicht gerade begeistert von diesem Gebet! Neee! Aber sowas von nicht! Ich bin überhaupt nicht begeistert von diesem bescheuerten Gebet! Hat das überhaupt wirklich einen Wissen? Oder ist das echt einfach nur so ein Gimmick? Etwas, wo die Entwickler sich dachten, hey, das könnte gar nicht mal so schlecht sein! Und wollten es dann aber nicht so overpowered haben! Und ist dann aber zu einer Fähigkeit geworden, die dann mehr schlechter als recht ist! Sicher kann ich mir da jetzt nicht sein, aber... Die wirkt halt irgendwie nicht wirklich nützlich! Okay, dreh dich mal in die Richtung! Ach stimmt, warte mal! Yay! Geil! Endlich mal eine Rosenkranzperle, die funktioniert! Ich habe nämlich irgendwo eine Rosenkranzperle gefunden, die macht, dass ich quasi, während ich meine Gallepulle benutze, keinen Schaden kriege! Geil! Geil! Das ist doch mal ein tolles Item, ne? Krieg ich noch was? Nur Tränen da ab, bitte! Was soll ich mit Tränen da ab, bitte? Puppe roter Dornstrauch! Wie viele fehlen mir jetzt gerade noch? Ich habe den hier, ich habe die beiden, dann... Hier oben war nix! Glaube ich zumindest! Es fehlt mir eigentlich nur noch der hier und der unten bei der Klage, richtig? Und schön, dass quasi... Bei beiden kein Teleporter in der Nähe ist. Klar, hier bei dem Träumer ist die unten, aber ich müsste da wieder quasi den ganzen Weg wieder hochlatschen. Was wahrscheinlich gerade irgendwie besser ist, als irgendwas anderes zu machen, wobei... Ich muss da oben hin, verdammt! Warum zum geilen Weg so viele schwache Gegner? Nee! Nee! Die Animation dafür dauert mir gerade zu lange. Was habe ich gerade noch für ein Gebet drin? Achso, genau! Das ist das Schild? Wow! Ist nicht dein Ernst, damit kann man hier richtig viel Inbrunst machen. Also ist ja einerseits gut, dass es so oft trifft, aber andererseits... Ist das nicht irgendwie ein bisschen overpowered? Ich meine, ich kann fast meine komplette Inbrunst damit wieder zurückholen, die ich dafür ausgegeben habe. Kriege ich zwei Geister jetzt bitte? Ja! Pfff! Okay, gib mir gleich alle! Hahaha! Pfff! Das ist ein bisschen zu heftig. Ich denke mal, das Teil macht jetzt nicht unbedingt so super mega viel Schaden. Schuppige Münze. Aber... Alter! Du kannst das theoretisch fast unendlich oft machen, weil du quasi die ganze Zeit so viel Inbrunst bekommst. Was? Das ist doch total overpowered! Verstörende goldene Scheibe überzogen mit der abgeworfenen Haut eines Reptils. Die in einem Flachrelief dargestellte Klaue wurde als Symbol der Gier gedeutet und erhöht die Zahl der Zusatztränen, die mit jedem Angriff geerntet werden. Sieh dir diese Seite an, diese Zeichnungen. Ein Pferd, das die heiligen Schriften liest. Und ein Reptil, das verehrt wird wie ein Gott. Hörst du dieses Murmeln? Das sind die Brüder, die uns vor den Gefahren dieser Seiten warnen. Wir müssen das Buch dort lassen, wo es ist. Ah ja... Raptor Jesus? Hey, da ist ja das letzte Mondkind! Na, was mache ich denn eigentlich gerade da, bitte? Wo ist denn hier... Ich brauche mal hier... Ja, wo ist denn das? Ich brauche hier, da. Alle Mondkinder! Dann kann ich ja gleich auch mal wieder zurück zu dem einen Typen da wieder hingehen, da in dem Gemälde, um zu schauen, was ich denn da eigentlich da bekomme. Nice! Ich habe übrigens allen Ernstes hier unten offenbar vergessen, ein Gitter zu öffnen. Ja. Deswegen latsche ich gerade quer durch Yondo. Eigentlich auch ganz gut, weil sonst hätte ich jetzt wahrscheinlich dieses eine Mondkind nicht gefunden, was mir noch fehlte. Aber was ein Scheiß, ich habe allen Ernstes dieses eine Gitter da nicht geöffnet. Warum das denn? Okay. Wo genau ist jetzt... Ah okay, ich bin eigentlich fast schon da. Ja, schönen Dank, dass du da dein Glockenspiel da schön läuten lässt. Was? Ach, ich bin in der Mitte runtergefallen. Oh, boah, meine Fresse. Bin ich doof. Wo muss ich eigentlich hin, wenn ich das hier gemacht habe? Ich weiß, dass ich quasi die Statuen hier zerstören soll, um halt quasi die Quest voranzubringen. Ich weiß nur nicht halt, was ich dann danach genau machen soll. Soll ich dann wieder zu dem Endboss zurück? Vermute ich mal. Ich wüsste sonst nämlich nicht, was ich machen soll. Nur ein Gegner. Ja. Soviel zu dem Thema. Kommt mir denn gerade nur so vor oder bewegen die sich hier gerade einen Ticken schneller? Ich weiß nicht, irgendwie kommt es mir so vor, als würde die Animation einen Ticken schneller gerade sein. Ja, komm nach oben. Ja, komm nach oben. Ich habe schon gerade gedacht, hä, zwei Gegner gesportt, aber keiner da? Habe ich gerade einen der Geister-Mädels da schon auseinander genommen? Gehabt? Offensichtlich wohl nicht. Oh, fertig. Muschel der umgekehrten Spirale. Hosenkranz-Perle. Kastudia der Sünde. Okay. Gucke ich mir mal beides an. Wobei, erst mal das hier. Kleines Geschenk von Deograsis unter dem Handschutz eures Schwerts in des Bildnisses. Achso, das ist genau derselbe Text, den ich vorher hatte. Muscheln mit absurden Windungen. Gefunden am Strand. Bezweifelig habe ich gerade in dieser komischen Arena gefunden. Ihre Form fingen die Echos klagender Lieder ein, die mit der Intensität des Leidens des Trägers immer lauter werden. Gewährt gewissen Schutz gegen elementaren Schäden. Okay. Diese Muschel war ihr sehr kostbar. Sie erzählte, dass sie eine umgekehrte Spirale besaß und man deswegen die sich entfernende Brandung des Meeres hören könne, wenn man sie nahe ans Ohr hielt. Ihre Eltern glaubten, der Geist ihrer Tochter habe sich verwirrt und fürchteten, es sei Hexerei im Spiel und die Muschel sei verflucht. So nahmen sie ihr die Muschel fort und warfen sie über das Kliff ins Meer. Das Mädchen fand die Muschel niemals wieder. Boah. Hättest du eine neue Muschel finden können. Gut, dann bewege ich mich mal zu dem Gemälde und dann Richtung Endbus. Juuuut. Mal schauen, was der mir jetzt eigentlich als Ballonung gibt. Schließlich habe ich ja jetzt alle seiner Mondkinder gefunden. Glücklich sind deine Rückkehr. Du hast alle meine Brüder verabschiedet durch das Miracle gefunden. Jetzt, dass sie frei sind, werden sie alle Menschen in Penance beschützen können. Wie auch deine eigenen. Kommt näher und zieht dieses Stück der Mond. Mit dem? Ein von meinen Heiligen Geistern wird euch, wenn es notwendig ist. Kommt näher, es sei das Herz. Penitenten, wunderschön. gute Glückwunsch. Wir knien in Demut, den Blick zu Boden, doch wenn ihr uns laut beim Namen ruft, kommen wir in Legion. Zum Tag eurer Bestrafung, hoffend auf eure Entsühnung. Wir knien in Demut, den Blick zu Boden, doch wenn eure Hand sich hebt, kommen wir in Legion. Zum Tag eurer Bestrafung, hoffend auf eure Entsühnung. Probier ich mal bei irgendeinem Gegner hier aus, falls hier einer irgendwo in der Nähe ist. Wobei, ja ich hab gespeichert gerade. Dann müsste ich eigentlich... Ah ok, die passen auch. Ok. Nehmen wir mal dich hier. Zwei Angriffe und du bist tot. Bei mir sind es glaube ich auch zwei oder drei Angriffe. Ob das aber so gut ist, ich weiß nicht. Ich würde gerne mal wissen, ob ich jetzt eigentlich noch diese schuldbelastete Perle eigentlich weiterhin in mein Inventar oder bzw. ausgerüstet haben muss. Aber ich lass sie einfach mal drinnen. Ja, 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 ja. Deinen ganzen Text kenne ich schon. Nein. Deinen ganzen Text kenne ich leider schon. Jetzt kann ich sie verhören. Ich, ich bless dich. Mhm, 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 mhm. Mhm. Das bringt natürlich gerade echt überhaupt nichts. Auch Melno. Nein, du bleibst auch Mensch. Du und dein verdammter Schild. Ich will einfach gerade mal versuchen, was denn eigentlich hier das Schild bei denen hier eigentlich anrichtet, Fischer. Und vor allem, wie viel Inbrunst ich denn bekomme. Jo, zweite Phase. Warum werde ich immer weiter nach links geschoben? Ich hoffe, wenn der eine dritte Phase hat, was man vermuten kann, dass diese dritte Phase richtig übel ist. Okay, die Blitze hat er vorher noch nicht gemacht. Zumindest nicht in dieser Art und Weise. Ja, toll. Ich möchte da oben hoch, aber ich kann nicht. Ja, toll. Ja, danke. Nein, lass mich doch mal da weg. Wenn man einmal von diesem Blitzkack getroffen ist, dann kommst du da nicht mehr weg. Ach, das trifft das überhaupt nicht. Nein, nicht schon wieder Blitz. Oh, okay. Lass mich doch mal meine Angriffe machen. Das Schild bringt gerade echt... Null. Das Schild bringt echt gerade überhaupt nichts. Wo ist denn das hier nochmal? Schild, Schild, Schild. Weg. Und das da rein. Das ist wesentlich nützlich. Ja, dann kriege ich wenigstens keinen Schaden. Gut. Kriegen wir jetzt die dritte Phase. Okay. Aber das lässt irgendwie doch vermuten, weil du hast da auf einmal so ein riesengroßes rotes Etwas. Das ist jetzt aber irgendwie enttäuschend. Das ist enttäuschend. Ich möchte meine dritte Phase. Ich möchte mein Sephiroth haben. Ich möchte die dritte Phase. Der Schuss ist auf der anderen Seite des Traum. Der Kradel der Grievous Miracle. Der letzte Relik. Der Grail der Blut und Gold, der aus dem Vater aus dem Vorfeld, als er sich im Moment auf der Zeit geblieben ist. Der erste Relik ist hier. Auf der Topf der Aschen Mountain, neben dem Traum, in dem seine Heiligkeit von einer mirakulischen Schmerzen wurde. Und jetzt, deine letzte Kommunion mit dem Miracle erwartet. Nur du wirst wissen, wie viel davon in deinem wunderschönes Herz. den Berg erklimmen, wa? Ja, ich laufe die ganze Zeit normal. Jetzt bekommt nicht die Relik hier und kann auf den Aschethron sitzen. und kann auf den Aschinen. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Und so kam der Moment der finalen Gemeinschaft, mit der Wälder von Angst. Ein letzte Sacrifice, um zu Ende des ZDF, und mit der Ungewöhnliche Willen der Grievous Miracle. Aber die Pläne des ZDF sind kaprischne. Penance never ends, but changes, hurts, and condemns at will. There is no place for the penitent one on the other side of the dream. His place is here among us. He is the new Father and the last Son of the Miracle. Recipient of our prayers. Forever and ever. And thus shall your name be erased under the heavens. Recipient of our prayers. 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 Recipient of our prayers.